Die sind so von einer Seite schwarz, von der anderen Seite irgendwie wie so Engländer da am Strand, die sich nicht eingräben und dann einfangen. Habt ihr vielleicht auch noch einen Wüsten? Wunderschönen Der Wassermarkt ist komplett klar. Das hat mir jetzt gerade so leid getan, noch kein Ballkontakt und der erste Ballkontakt direkt im Tor. Schön Kaugummi aufzuwarten, damit ihr mich immer schön verküsstigen könnt wegen der Arbeit. Insofern herzlichen Glückwunsch.